Sie hören Königreich der Träumer von Irene Bow. Sequenz 7. Die fassungslose Prinzessin. Gelesen von Martha Kindermann. Produziert von der Hörbuchmanufaktur Berlin. Die Türklinke, die ich in der Hand halte, fühlt sich eiskalt an. Vielleicht sind es aber auch nur meine Finger, die wegen einer Vorahnung kalt sind. Geh nicht durch diese Tür, möchte ich mir selbst zurufen, doch ich bin bereits am Durchführen der Aktion und gleichzeitig auch neugierig. Ich lasse also meine Hand für mich die Entscheidung treffen und öffne meine Wohnungstür. Schon währenddessen. spüre ich diese unbeschreibliche Kälte, die mich in der Wohnung erwartet. Es ist Sommer, aber es fühlt sich an, wie wenn ich bei 20 Grad minus stundenlang die Fenster offengelassen hätte. Und da erblicke ich ihn. Zuerst die Hand, dann den Arm, den Oberkörper. Schließlich stoße ich die Tür auf und sehe Daves leblosen Körper auf dem Flurboden liegen. Tod. Dave ist tot. Es ist das Entsetzen, das meine Beine zwingt, über die Schwelle zu treten und mich neben ihm hinzuknien. Es fühlt sich wie Fallen an, wie Abstürzen und mit der Ohnmacht kämpfen. In meinen Ohren ertönt ein hässlicher Ton, der so klingt, als säße ich direkt neben einer viel zu lauten Starkstromleitung. Dieses Geräusch gewinnt bald Macht über mich. Meine Augen weiten sich und scheinen das Elend vor mir noch zu vergrößern. Den Fokus auf das leblose Gesicht vor mir zu legen. Mir zu verbieten, wegzusehen. Ich bin apathisch und merke erst gar nicht, wie meine Hände Daves blasse Wangen streicheln. Ich spüre die Kälte, die von ihm ausgeht. Nicht sofort, weil meine Finger und auch die Umgebung so eisig sind. Aber sie ist da. Gleitet wie der Vorbote des Todes durch meine Haut in mein Fleisch oder als würde Dave mich mit sich ziehen wollen. Seine leeren Augen sterren meine an. Beinahe höre ich ihn sagen. Ich sagte doch, wir träumen voneinander, Jay. Fast glaube ich, ein kleines Zucken um seine Lippen zu sehen. Der Versuch zu schmunzeln. Seine Grübchen sind weg. Und darüber bin ich so erstaunt, dass meine Brust plötzlich zu Schmerzen beginnt. So als wären die fehlenden Grübchen der ultimative Beweis für sein Ableben. Ich schluchze auf. Die Erkenntnis kommt über mich wie ein einstürzendes Hochhaus. Langsam. Massiv. Und den Blick trübend. Für den Moment scheine ich zu einer Statue zu transformieren. Eine Eisskulptur, die ohne ihren Liebsten nicht leben will und sich stattdessen lieber in einen ewigen Schlaf versetzt. Deswegen bekomme ich die junge Frau im Loft erst mit, als mein Blick auf ihre nackten Füße und Beine fällt. Sie steht neben mir. Ich schrecke zurück und kippe nach hinten, woraufhin die Frau sich ruckartig zu mir beugt und meinen Sturz abbremst. Ihre blonde Lockenmäne flattert bei dieser hektischen Bewegung um uns herum. Die Haare legen sich kalt auf meine Haut. Sie hilft mir beim Aufstehen. Ihr Blick ist neutral, sogar etwas freundlich. Ich erkenne sie sofort. Aber mein Verstand will gerade nicht reagieren, weswegen ich mir von ihr helfen lasse. Als ich wieder auf den Beinen stehe, tritt sie einen Schritt von mir zurück. Sie ist eine traumhafte Schönheit. Trotz der Kälte trägt sie kurze Jeanshorts und ein armelloses, bauchfreies Top in einer weißen Farbe. Auf die Hose wurde ein gelbes Dreieck mit dem schmerzen Symbol für Radioaktivität genäht. Ein Aufnäher einer rebellischen jungen Frau. So, wie ich sie in Erinnerung habe. Das fühle ich zumindest. Larry, flüstere ich. Zu mir ist meine Stimme nicht in der Lage. Sie reagiert nicht auf meine Äußerung, sondern sieht zu Daves toten Körper hinab. So schade, sagt sie bedauernd. Jetzt gehört er weder dir noch mir. Wir hätten vorsichtiger mit ihm umgehen sollen. Schließlich wussten wir, zu was wir in der Lage sind. Nicht wahr, Jessica? Nun sieht sie mich direkt an. Ihr Blick ist stechend. Anklagend. So als wäre alles, was jemals geschehen war, allein meine Schuld gewesen. Ich wusste nicht, dass du Dave wolltest, sage ich. Bin mir aber im selben Moment nicht mehr so sicher, ob das stimmt. In der programmierten Erinnerung ist es vielleicht so. Aber was ist in der Realität? Und Larry ist ebenfalls ein Programmcode. Also worüber reden wir hier? Dabei haben wir einen Schwur zwischen Schwestern geschlossen. Einen Pakt. Dass niemand Dave bekommt, damit wir ein Trio bleiben. Aber ich verstehe, warum du ihn dir trotzdem unter den Nagel gerissen hast. Du dachtest, ich bin weg vom Fenster. Nicht wahr? Du hast mich verraten, um ihn endlich für dich haben zu können. Was? Nein, so war das nicht. Ich meine, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Richtfertige ich mich. Das Einzige, das ich fühle, ist Schmerz. Nicht nur meinen, sondern auch Larys. Und dieser geht so viel tiefer, als ich jemals ein Gefühl erlebt habe. Ich schüttle den Gedanken weg und auf einmal ist alles vorbei. Ich stehe mit der Türklinke in der Hand vor meiner Wohnungstür. Mir ist warm. Ich kann mich bewegen und Larry ist nirgends zu sehen. Ich habe mir das nur eingebildet. Die Angst in mir war für dieses Szenario verantwortlich. Mein Kopfkino funktioniert also noch immer perfekt. Auch wenn ich nicht glaube, dass ich Daves toten Körper direkt im Eingangsbereich meines Lofts antreffen werde, hat mir allein die Vorstellung eine Hemmung verpasst. Ich kann da unmöglich hineingehen. Was würde ich denn darin finden? Blödsinn. Ich straffe meine Schultern und traue mich, die Tür zu öffnen. Ein Duft von frisch gebackenen Plätzchen kommt mir entgegen. Dann fällt Dave mir in die Arme. Endlich bist du da, ruft er und drückt mich eng an sich. Ich spüre Erleichterung. Anschließend eine erneute Beklemmung. Ihn so nah zu fühlen ist einerseits gut, andererseits weiß ich, was passiert ist und wer er in Wirklichkeit ist. Mir kommt dieser Moment überzogen vor. Ich erinnere mich nicht daran, wann mich Dave so übertrieben begrüßt hat, als sei ich das Einzige in seiner Welt, das zählt. Dafür ist er zu cool und abgeklärt. Er ist zwar süß, aber auch eigenständig. Doch diese Umarmung fühlt sich an wie eine Umklammerung. Die Situation ist zu künstlich, zu perfekt, zu gut, um wahr zu sein. Einfach ein klebriger Zuckertraum. Ich löse mich von ihm. Er grenzt mich an. Zeigt mir sein makelloses Gebiss, seine Grübchen. Irgendjemand hat Dave in meiner Abwesenheit mit Glanzspray besprüht. Dave ist so geglättet und gebügelt. Gefälscht. Ich weiß, dass du nicht echt bist, sage ich schnell. Ist das so? Fragt er, als hätte er mir gar nicht zugehört. Dann zieht er mich in die Küche. Reicht mir eine langstielige Rose und trellert. Ich koche dir jetzt deinen Lieblingskaffee. Und solange du wartest, habe ich hier etwas für dich. Er stilbt einen Ofenhandschuh mit einem Flamingo-Motiv über seine Hand und holt ein Backblech mit frisch gebackenen Krönchenkeksen aus dem Ofen, die er auf eine Holzablage auf den Tisch vor mir abstellt. Der leckere Duft steigt in meine Nase. Das hast du selbst gebacken? Frage ich ungläubig. Nur für dich, mein Herz. Ich sehe ihn skeptisch an. Du bist nicht echt, bringe ich erneut heraus. Du bist tot, Dave. Er lächelt mich an, als würde sein Programm ihm vorschreiben, dass er diese Brise an Realität ignorieren müsste. Du bist irre, sage ich leise und gehe dann kopfschüttelnd Richtung Ausgang. Diese Version des Aufeinandertreffens kann ich genauso nicht akzeptieren wie die erste. Dave ist jedoch schneller als ich. Er stellt sich vor die Eingangstür und grinst wie ein Psychopath, der keine anderen Emotionen... Sie wissen, wie er sich gutigt hat. Du bist eine Szene des Aufeinanderts. Der eine Lebensartige, die ich sehr gut ausdeckt war. Ich hoffe, hier ist alles gut. Ich hoffe, dass wir die Eingangstürungen für die Eingangstürung haben. Vielen Dank.